Ich bin Stefanie Batista, leite seit 2014 das Café Mühle in der Bernauer Innenstadt an der St. Barinkirche. Bernau ist extrem besonders für mich. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin mit zwölf hierher gezogen und habe Bernau einfach lieben gelernt mit dieser kleinen Innenstadt, mit den Leuten, mit den Personen, vor allen Dingen auch, dass die Geschäfte, dass die Leute hier miteinander arbeiten. Unser Tresen, der ist von 1904 aus der Bäckerei in Grüntal. Das heißt, der hat schon ein Leben hinter sich, eine Geschichte. Der wurde dann nochmal wieder neu aufgearbeitet, für unsere Zwecke ein bisschen umgebaut. Dann fängt es auch bei unserem Lüfter-Deckenventilator an. Der ist auch aus Ostzeiten, aus der Fleischerei. Geht auch über unsere Bilder, dass die alle schief hängen, weil am Anfang der Bilder, man hat sie hingehangen und es hing schief, egal wie man es machen wollte, konnte. Das ist jetzt also unsere Aussagung hier. Die Uhren, die stehen bei uns halt einfach still, damit die Gäste nicht unter Zeitdruck sind, dass sie einfach mal ihre Zeit hier genießen können bei uns. Wir sind anders, einfach anders. Fängt bei unserer Schreibweise an. Wir backen selber, wir machen Marmelade selber, wir arbeiten ohne Zusatzstoffe. Wir achten auf frische Produkte. Das zeichnet uns absolut aus. Das Besondere an diesem Beruf sind die Gäste. Das ist toll. Man lernt jeden Tag wieder neue Leute kennen. Es ist schön, wie die Gäste sich freuen, wie sie einfach mal hier so sind, wie sie immer sind. Macht einfach Spaß. Ich lebe für diesen Beruf. Ich liebe diesen Beruf und das ist mein Ein und Alles. Die Kunden sollten zu uns kommen, weil wir den perfekten Standort in Benau haben mit der St. Marienkirche. Man kann hier entspannen, man kann loslassen und wir ein super tolles, junges Team sind. Unterstützt die Unternehmen der Benauer Innenstadt, damit Benau auch euer Benau bleibt. Abonnieren dijقي, wunderbar. Betracht, wie sie leften. Untertitelung des ZDF, 2020